Das Format, bei dem eure Stimme knallt wie ein Knallfrosch. Let's start, go! Ich bin Kesse, euer Ligaanzider. Ich bin ganz fresh heute. Wenn ihr auch fresh seid, drückt mal gerne auf Like. Und ansonsten haben wir heute Mittwoch. Mittwoch steht für euch, für die geilste Community. Ihr müsst einfach nur eine Sache machen, Ligaanzider.de, aufklicken. Dann sucht ihr euch eure Meldung des Vertrauens, rotzt da geilen Scheiß rein. Und dann landet ihr mit ein bisschen Glück in meinem Hot Take Wohnzimmer. Und da gehen wir jetzt mal ganz vergnügt hin. Damit gehe ich mal auf unsere letzte Hot Take Party auf Ligaanzider.de. Das war die dritte Folge, die ich da rausgebracht habe. Und da wurde ordentlich getanzt, aber auch einige wilde Sachen durch den Club gebrüllt. Und da kommt auf jeden Fall der Agent auch um die Ecke. Das ist Jamalava007. Und er sagt, es wird eine Mannschaft geben, die kein Spiel in dieser Saison gewinnt. Hammergeil fanden auch die Leser. Also gab auch mehr Likes als Dislikes dafür. Und da könnte echt was dran sein. Wir haben hier mal aktuell das Duell vom Wochenende, habe ich hier mal reingeholt. Und das war Bochum gegen Kiel. Da trafen die beiden vorm schwächsten Teams aufeinander, die in der Bundesliga die meisten Tore und Großchancen zugelassen haben. Und die spielen noch gegeneinander. Und die bekommen es nicht mal geschissen, ein Spiel zu gewinnen. Nicht mal das gegen das schwächste Team, nicht mal das bekommen sie hin. Also wirklich Not gegen Elend. Ich habe mir nochmal die Daten angeschaut. 22 Torschüsse, davon landeten sieben auf dem Tor und sogar vier purzelten dann noch rein. Also sagt auch irgendwie viel aus über beide Teams. Die verfügen auch über keine schnellen Spieler. Auch das habe ich mir angeschaut. Das hat man auch im Spiel wieder gesehen. Also wirklich absoluter Abstiegsstrudel. Und kleines Manager-Geflüster noch von mir. Also ich würde aktuell versuchen, immer Spieler gegen diese beiden Teams aufzustellen. Egal ob zu Hause oder auswärts. Das ist ja ein heimlicher Manager-Tipp von mir. So, und damit nochmal zurück zu Jamal Lava, weil kein Spiel gewinnen, das ist schon echt hart. Und ich habe mal gekramt. Ich habe euch das gesagt. Ich bin der Mann der Geschichtsbücher. Und ich habe es aufgeblättert. Tasmania Berlin stellt in der Saison 65-66 eine Reihe von Negativrekorden. Die habe ich mir angeschaut. Die Berliner feierten die wenigsten Siege. Das waren zwei. Also das ist quasi der Wert. Der muss hier unterboten werden. Kassierten die meisten Gegentore 108 und verbuchten die meisten Niederlagen 28. Also Tasmania Bochum oder Tasmania Kiel. Einer von beiden wird es. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Und ich call hiermit Jamal Lava. Ich sage, eines der Teams stellt den Rekord ein, zwei Siege oder weniger. So, und damit gehen wir mal weiter zu einem Ex-Bochumer. Der ist jetzt gerade ganz anders unterwegs. Und das ist unsere zweite Meldung hier. Wir bleiben bei unserer dritten Hot-Take-Folge auf der Liga-Anzeiter-Seite. Und wir sind da mit Serginio Laos. Mit Guveleo und Schlotterbeck bilden das punktetechnisch beste IV-Duo der Saison. Das fand ich auch sehr, sehr spannend. Das habe ich mir mal genau angeguckt. Und zwar, was passierte denn erstmal am Wochenende? Wir springen mal direkt ins Spiel gegen Mainz 05. Es gibt Freistoß, 25. Minute. Und Guveleo legt ab auf Schlotterbeck. Und der vollendet. Also da ist die Kombi schon mal geil am Start hier für unseren Mann Serginio Laos. Als wenn er das schon gewusst hätte. Und dann noch am Ende wird Schlotterbeck tatsächlich gefoult im Strafraum. Also da hätte er auch potenziell noch Elfmeter herausgeholt, noch die Punkte für bekommen. Nachspielzeit. Und da habe ich auch nochmal gekramt. Denn aktueller Elfmeterschütze. Ja, ja. Im Pflichtspiel der Augsburger gab es noch keinen. Und in den Büchern. Guveleo hat seinen letzten Pflichtspiel-Elfmeter gegen wen geschossen? Genau, 6.4.2022 gegen Mainz. Und war da nämlich auch treffsicher. Also hätte der theoretisch auch antreten können am Wochenende. Und das hätte dann nochmal für die beiden gesprochen. Aber generell sind da sowieso die Punkte geflogen am Wochenende. Trotz der Niederlage allein schon, weil beide für einen Scorer gesorgt haben. Und ich habe mir mal bei Kickbase ein Top-Verteidiger-Duo gegriffen. Und zwar den anderen Schlotterbeck zusammen mit Anton. Die kommen auf 729 Kickbase-Punkte. Und Guveleo und Schlotterbeck sind da mit 790 Punkten aktuell unterwegs. Also ein richtig heißer Hot-Take hier. Denn da sind schon mal die Augsburg-IVs aktuell über den BVB-IVs. Ein richtig heißes Duo. Sollten wir alle mal im Blick behalten. Schlotterbeck letzte Saison der gefährlichste Verteidiger. Ja, ja, ja. Und die erste Torkarte hat er jetzt gespielt für den FC Augsburg gegen Mainz. Wir bleiben mal in Augsburg. Wir bleiben auch bei diesem wilden Spiel. Also Karten flogen. Und das ist ja auch nämlich der Mittelpunkt von dieser Meldung hier. Rot gegen Mainz. SND erst nach Länderspielpause zurück. Und Navja bringt es on point. SND für so ein Vergehen. Zwei-Spiele-Sperre. Chor gar nichts. Friedl trifft klar den Ball. Und natürlich in der Bewegung auch den Gegner. Auch zwei Spiele. Da meint er natürlich das vorletzte Bremen-Spiel. Und Change My Mind. Aber das Strafmaß ist mies-Arsch. Ja, ich hätte es nicht schöner schreiben können. Navla. Also erstmal sind das für mich zwei absolute Dummköpfe. Wenn wir hier mal bei SND und Chor bleiben. Also was macht Chor da mit seinem Ellbogen? Also geht es noch? Das ist ja MMA für Arme. Vielleicht braucht er langsam mal irgendwie einen Schaukampf gegen Conor McGregor. Ich nehme hier nochmal den High-Spur mit. Und das ist SND. Den nimmt er natürlich extra da in die Mangel. Und das ist generell erstmal hart dumm von ihm. Aber auch natürlich von SND. Also was tritt der da nach? Also hä? Also ich reile es nicht. Und ich würde beide ganz einfach für vier Spiele einfach wegsperren. Und dann würde ich auf den Spielberichtsbogen schreiben. Gesperrt wegen Dummheit. Oder als Urteil dann verkünden. Also sorry, aber das geht doch nicht. Also generell. Ich habe gestern auch nochmal was gelesen hier. UEFA bestätigt Fehlentscheidung. Couturella Handspiel war in Elfmeter. Ach was, Bro. Also dafür brauchen die fast drei Monate. Absolut lächerlich. Also ich wünsche mir echt, dass man einmal die Video-Leute alle mal zusammen trommelt. Einmal sagt, Leute, einheitlich Refereen. Und bitte auch einheitlich ganz klar ein Ruling hier an den Tag legen. Dass wir nicht mehr hier so krumme Dinger hatten wie am Wochenende. Ich habe mir auch nochmal Zweite Liga angeguckt. Nürnberg gegen Berlin. Hertha müssen wir sagen, Zweite Liga. Und Lukas Benen ist der Referee. Und da gibt es Ecke. Und dann kriegt er ein Signal. Und dann sagt der DFB oder der Keller ihm, ja, ist keine Ecke. Also sorry, Bro. Also what the fuck? Also wo fangen wir denn da an? Also da werden zum Teil Ecken nicht mal mehr gegeben. Weil die noch irgendwie zurückgecalled werden. Und andere Ecken werden gegeben. Und da entstehen dann Tore draus oder wie. Und die werden dann nicht zurückgenommen. Ja, also es ist wirklich, es ist Tatsachenentscheidung. Okay, gebe ich dem DFB. Aber bitte, habt hier ein Maß. Habt hier wirklich eine rote Linie, an der wir uns Fußballfans orientieren können. Bitte, danke. So, wir gehen mal zur Meldung 4. Ich kümmere mich mal hier ein bisschen runter. Hoeneß hebt Mio heraus. Sehr, sehr schön. Über ihn muss gesprochen werden. Und Martinez20 weiß genau, was Sache ist. BVB Scouting hat elf neue Spieler auf dem Zettel für die nächste Saison. Ja, da habe ich auch einige Memes schon gesehen. Sehr geil. Ich würde es korrigieren. Auf 10. Denn was Wagnermann gegen den BVB macht, das ist eigentlich eine absolute Frechheit. Also, das sind absolute Höhlenmensch-Stats, wenn du das so haben willst. Beim Jubeln ist er der Erste im Bild. Das sehen wir hier auch ganz schön. Zweikämpfe, 33 Prozent. Ist in kein Luftduell gegangen. Und kein erfolgreiches Tackling. Also, 5-1. Und das ist dann dein Anteil da dran. Hör mir auf. Gibt's nicht. So, was haben wir hier noch? Frankfurt erwartet Götze. Mittwoch zurück. Legit. Paul. Badewanne. Zenit. Überschritten. Bremst jede Partie. Ja. Einfach Opa Götze. Also, für mich leider auch. Also, gefühlt der langsamste Spieler der Bundesliga. Da bin ich dem mal auf die Schliche gegangen. Legit. Er ist Platz 309 von 363 Spielern im Bereich Schnelligkeit. Top-Pace 29,04 von ihm. Also, Real Talk. Da laufe ich beim Joggen ja schneller. Also, das ist ja richtig schlimm. Dino Topmöller. Den habe ich noch im Ohr bei dem ersten Saisonspiel gegen BVB. Da hat er gesagt, natürlich hier feines Füßchen und Passsicherheit. Ja. Aber in den Daten. Götze. Nicht gut. Götze ist da nicht gut. Zweikampfquote unter 40 Prozent. Balleroberung ein pro Spiel. Okay. Erfolgreiche Dribblings. Haben wir nicht mal gemessen, weil der einfach so wenige macht. Schüsse aufs Tor. Du bekommst jedes Spiel einen Schuss insgesamt. Du bekommst jedes zweite Spiel irgendwie grob einen Schuss von ihm irgendwie. Gerade so auf die Kette. Also, wir reden hier von Eintracht Frankfurt. Power in der Bude. Und Platz 4 der Tabelle. Und es gibt auf YouTube von Montag den Kollegen. Der heißt Exwer444. Und der hat mich gefragt, was sagst du zu Logik oder Knauf langfristig. Und auch Tobias, Tobias3300. Auch der hat gefragt. Und deswegen, Freunde, wir finden das heute mal raus im Factsheet. Wir kuscheln uns hier mal ins Factsheet. Und das machen wir mit Ansgar Knauf. Der Junge ist 22 Jahre alt. Ausgebildet in der Dortmund-Jugend. Und er avancierte auch schon zum U-Nationalspieler. Und zwar spielt er aktuell die U21-EM-Quali. Und tritt er auch schon als Torschütze auf die Bühne. Und ja, so oder so. Der spielt in einem für mich Top 3 heißesten Teams gerade. Bundesliga. Also auch in der Offensive. Da hat er absolut seinen Platz verdient. Und er hat gegen Borussia Mönchengladbach auch gezeigt, warum er den Platz denn verdient hat. Hat seinen ersten Start bekommen. Götze musste krank weichen. Und war auf dem rechten Flügel zugange. Und hat da generell ja eher einen schweren Stand gerade. Aber hat das richtig gut gemacht. Hat direkt mal einen Assist geliefert. Und generell war sein Output im Spiel richtig, richtig gut. Ich hab das mal hier für euch butterweich auf dem Servierteller. Also 60% gewonnene Zweikämpfe. 9 von 15. Also auch da eine hohe Sample-Size. Dann hab ich die Tacklings. 40%. Das ist solide für einen rechten Flügel-Spieler. Und erfolgreiche Dribblings. 2 von 2. 2 Torschussvorlagen. Und 3 von 3 Torschüsse. Aufs Tor direkt. Götze haben wir erinnert. Der hat einen insgesamt. Einfach mal da, dass ihr so einen offensiven Upside irgendwie einfach mal so im Vergleich seht. So, da hab ich mir die Heatmap angeguckt. Der Typ war überall. Der ist da durchgecruised mit seinen beiden Beinen. Der ist nach links gelaufen, nach rechts. Der hat mal die Seite gewechselt mit Chaiibi. War vorne, war hinten. Also ein riesen Radius. Und hat richtig Spaß gemacht. Und der ist halt auch mobiler als ein Götze. Der sich dann doch eher auf seine rechte Seite verschanzt. Das hab ich mir auch nochmal angeschaut. So, Entwicklungspotenzial. Das ist hier mein dritter Punkt in der Upside. Wir hatten die Unazius, haben wir schon gesagt. Da ist er richtig erfolgreich. Letzten beiden Spieler auch da getroffen. Und, ähm, ja, generell ist das, ist die Offensivreihe, ist so loaded bei Frankfurt. Und er ist quasi gerade der Chan Usun, den ich vor der Saison irgendwie wollte. Und er ist quasi kurz davor irgendwie so da nochmal richtigen Breakouts zu schaffen. Hat jetzt den ersten Scorer geliefert. Die Zahlen sprechen wirklich für ihn auch over Götze. Und deswegen finde ich das hier ganz spannend. Was natürlich nicht für ihn spricht, vielleicht das Standing. Der hat natürlich nicht gegen Argentinien in der Verlängerung, äh, gegen die Deutschen da zum Weltmeistertitel geschossen. Na klar, das bringt er nicht mit. Dann seine bisherige Einsatzzeit kumuliert auf 36 Minuten vor dem Gladbach-Spiel. Jetzt dann 78 bekommen und, ja, also die Kurzeinsätze, die kannst du halt auch nicht bewerten. Weil das ist alles so eine kleine Sample-Size. Und deswegen ist es halt super schwer, da was auszusagen drüber. Aber jetzt das Spiel, da hat er auf jeden Fall schon mal für Furore gesorgt. Und Frankfurt Flow habe ich mal in die Klammern, äh, in Fragezeichen noch dran gekettet. Denn der Frankfurt Flow war mit Götze schon da. Aber mit Knauf war er jetzt auch da am Wochenende. Und, ähm, wie gesagt, hatte sehr gute Bewegung. Ich würde denken, der hat auch ein höheres Fitnesslevel als ein Götze. Ich habe mir nochmal die Verletzungshistorie von beiden angeguckt. Die kommen da relativ beide sehr gut weg. Letzte Saison Knauf kein einziges Spiel verpasst. Er hatte Schlüsselbeinbruch vor zwei Jahren. Und, äh, Mario Götze ist ja auch relativ verletzungsfrei geblieben. Aber, ähm, ich sehe auf jeden Fall den Altersunterschied. Und ich sehe da noch so eine Spritzigkeit. Und ich habe meinen, äh, Frankfurt Insider. Den habe ich auch im Ohr. Er sagt, Götze müsste mit seiner Vita eigentlich diese Liederrolle besser einnehmen können. Ist in meinen Augen aber niemand, der auch vorangeht, wenn es mal nicht läuft. Dann wird er nämlich zum Mecker Mario. Die Liederthematik, die wird auch erst richtig aufkommen, wenn es mal nicht läuft. Das hat er mir auch noch, äh, quasi hinterher geschossen. Von daher, Götze, die Liederqualität wird ihm hier auch schon quasi abgesprochen. Und für mich wird es Zeit für einen jungen Knaben, für Ansgar Knauf, der sich jetzt echt mal, ja, vielleicht auch als neuer 069-Lieder irgendwie jetzt mal beweist und, äh, da einfach mal in die neuen Fußstapfen tritt. Ich gebe ihm hier mal drei Sterne. Ich finde ihn super spannend, den Jungen. Und ich spüre da irgendwie auf jeden Fall Feuer. Ich würde mir einfach wünschen, dass Dino Topmüller den jetzt mal nochmal öfter von der Kette lässt. Geschwindigkeitsvorteile, habe ich euch gesagt. Götze ist die 309 und, äh, Knauf ist ein Top-20-Speedster. Also wenn Götze noch irgendwie bei Aldi klebt an der Kasse, dann hat Ansgar schon wieder dreimal den Max-Geschwill auf dem Kieler Bierdeckel ausgedribbelt. So, ihr Lieben, waren wieder ein paar heiße Takes dabei. Ein paar Schiri-Pfeile sind auch geflogen. Äh, schreibt mir mal euren heißesten Take aktuell in die Kommentare. Und wer weiß, vielleicht schafft er das ja nächste Woche hier ins Format. Ich bin auf jeden Fall raus. Wir hatten, gestern waren wir wieder mit Guido unterwegs. Haben die Top-Stürmer mit der heißesten Form analysiert. Und dann haben wir hier noch unsere Gewinner vom vierten Spieltag. Und damit bin ich raus und sag einfach nur, Tschi!